Und damit willkommen zurück zum Minecraft Story Mode Episode 5. Äh, wir sind bei Skyblock, wenn ich mich nicht recht täusche. Nur, dass hier kein Baum ist. Ah. Wow. Ja, die Leute sehen das? Was? So sehr strange. Das, da, da. Big, floating island on the horizon. Oh, wow. Ich bin wirklich überraschend, dass ich das nicht mehr erinnern habe. Die Stadt und die Wolken. Es ist fast nicht möglich. Ich weiß einfach nicht, wie wir es erreichen können. Ja, das ist definitiv ein Problem. Ich kann nicht glauben. Ich weiß nicht, wie wir es erreichen können. Wir fallen durch ein Portal und zu einer anderen Welt, und dann können wir überhaupt nicht mehr gehen. Okay, Leute, Sie wissen die Drill. Was haben Sie mit Ihnen gebracht? Das ist meine private business. Didn't exactly bring a whole lot. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht runterfällt. Wow, ganz viele Erdblöcke. Warum denn noch drei breit? Okay, das ist unser Stop. Everybody off. Ivor. Seriously? This is in memory of my Lava House. Long live Lava! Your building. I... You... I... I don't... Hey... Yeah, we're building. Is something wrong with that? I... You don't know? You... You were building. Unauthorized building is against the law. Wait, there's a law saying people can't build? Yes, it's forbidden. This... This makes no sense. No sense at all. I... I... Well, uh... That's the law? Okay, I'll bite. Why is building against the law? Oh, uh... This is making me terribly nervous, but... First, those other outsiders, now you... Other outsiders? Where are they? They went to the inn. I'm sorry, but that's all I know. Wait, 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 come back. I'm super busy, sorry! And he's gone. Ah, darn. Hmm. I wonder if everyone here is that... Nervous. Wow. Wow. Incredible. Wow, that is absolutely beautiful. Yes. Yes. Clearly, the Eversource is capable of miraculous things. And when I get my hands on it... Hey, how about you take a massive chill pill, and we find it first? Yes, 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 yes! I'm just getting excited. And as crazy as Aiden's been lately, if he gets that thing, it would be bad. Well, if we beat him to it, he won't be able to get his slimy little hands on the thing. We just need to find the inn, that nervous guy mentioned. How hard could it be? No idea. But it's definitely our best bet so far. Agreed. Tja, das würde ich auch sagen. Oh, es ist schön, dich zu treffen. Oh, du! Du! Haha! Haha! Ja... Crafting table? Ich dachte, hier wäre Bauen verboten. Äh... Reden wir mal kurz mit Ivor. Äh... Handwerksgebäude. Boy, these are some popular crafting tables. Don't worry everyone, your turn will come in time. Please have your materials ready, when you approach the crafting table. Ah! I knew I shouldn't have waited so long to eat. Ha! Äh... Äh... Okay. Sprechen wir einfach mal mit ihm. Sprechen wir einfach mal mit ihm. I heard you guys have an inn somewhere around here. Where is it? Oh, äh... Milo's place? Heh... That guy is hilarious. He's over there away. Milo, huh? Thanks. No problem. Danke. How's it going? You know. Still hungry. Still waiting. Come on. Come on. Come on. How's it going? You know. Still hungry. Still waiting. Come on. Come on. Come on. Come on. Der Typ weiß irgendwie nicht, was er bauen soll. Ofengebäude. Und da muss er sich wahrscheinlich auch noch anstellen. Einfach mal reden. Hey there. Are you on the schedule for the furnace this afternoon? I didn't think there were any more appointments today. Hang on. Let me see here. Dale. Ten stone blocks. Oh, yes. That went very well. Melissa. Three cooked pork chops. She rescheduled. Classic, Mel. Appointment? Why would I need an appointment to use a furnace? By city law, acts of crafting are only authorized with the founder's permission. This appointment system is in place to safeguard against any illegal building or crafting. If you wish to make an appointment, speak to the founder. Good day. Okay. Okay. Das ist irgendwie ziemlich weird hier alles. No building, no crafting, no brewing, no forging. Unless with express permission from the founder. All complaints must be registered in person. That's it. You can stop writing now. Intense. Yes. Aber richtig. Das ist echt übel. Hey Petra, what are you looking at? Just admiring the sights actually. This place is so cool. I'm not usually one for like, checking out people's builds or whatever, but even I have to admit, this is really impressive. Das stimmt. Das stimmt. Was hat denn die Wache hier zu sagen? The founder is an accepting visitors right now. Okay. Schade. Was bist du hier für ein komischer Typ? Ich hab dich genau gesehen da hinten. Ich seh dich. Hi. Uh, hello. Was ist das für mich? Das scheint sich sehr zu prüfen. Was? Was? Ich meine, das wurde als Solo-Build. Nein. Unauthorized-Build-Partners. Was? Hallo, da. Ich kann wirklich nicht mehr sprechen. Ich habe nur noch eine Chance an das. Und ich wirklich, wirklich, wirklich nicht will. Ich will es nicht aufhören. Ich könnte vielleicht helfen. Oh. Ja. Ich habe alles, was du sehen. Ein paar Tage, ich kann gar nicht mehr erinnern, wie sie alles hält. Sie ist unglaublich. Ich bin... Ich bin ein Fan. Und so, diese Founder machte all die Regeln? Du hast es. Sie ist derjenige, der uns aus der Eversource schützt. Es scheint nur richtig zu sein. Das ist der Grund, dass sie die Bezüge machte, was machte oder nicht gebaut wird. Wie meine Bezüge. Es ist nicht einfach so, dass alle diese Bezüge machte. Deine Petition war sehr gut. Oh, Gott. Das ist schön von dir. Ich muss euch sagen, diese Founder klingt wie ein Kontrollfreak. Kontrollfreak? Du siehst du deine Sprache. Ja, das ist gut. Uh, hallo. Was ist das jetzt? Wie ist das jetzt? Ich kann nicht die Regeln. Ja. Also, ich bin gespannt. Welche Sachen machen ihr euch, um Spaß zu machen? Oh, äh... All sorts of things. Make wish lists of resources. Practice low inventory builds. Some people do poetry. It's a pretty great place to live. Ja, das hört sich aber nicht so an. Fancy Dutch wearing Reginald. Sie hat ein Uniform? Ich versuche nicht zu schreien, aber ich bin eigentlich der Kapitän der Garde. Eine der Rezepte, warum ich einen Supervisor wie dieser. Kann ich dich Regi nennen? Reginald, hm? Kann ich dich nennen? Nein, ich würde wirklich lieber, dass du nicht. Okay. Es ist Reginald. Don't let me interrupt you guys. Good luck. Much obliged. Ja, okay. Sie baut ein paar Blöckchen. Wo ist Axel? Ein... Ach ne, Axel haben wir ja gar nicht mitgenommen, ne? Und da ist er wieder weggerannt. Wie geht's, Lucas? Ich bin okay. Ich habe nur die Garde gesehen. Das bedeutet wirklich Business. Ja, ich würde nicht mit ihnen messen, wenn ich dich wäre. Stimmt. Warum verstecken sie sich hier eigentlich immer alle? Da hinten ist wieder ne Wache. Würd's sie mir gerne mal angucken, weil da rechts ist das Gasthaus. Da. Entschuldigung Stranger, ich kann hier nicht kommen. Okay, da komme ich nicht weiter, aber mit ihm könnte ich noch reden. Ich weiß, ich habe nie gesehen, ich habe nie gesehen, wie es das ist. Oh mein, wiedersehen. Können wir, äh, machen Sie etwas für Sie? Äh... Ähm, nein, nein, natürlich nicht. Uh-huh. Bitte nicht uns. Ach. Wie ist das? Wie ist das? Wow. Kannst du zwei mich in die Richtung des Inn? Sie müssen mich für Milo suchen. Ich meine, nein, 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 wir wissen nicht Milo. Wirklich? Weil es sicherlich klingt, wie du ihn kennst. Uh, okay, okay. Wir kennen ihn von ihm. Okay. 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 Wie? 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 Toll. Toll, hier steht er sogar, Reggie. Nice. Ja, wir hätten sterben können. Genau. Gucken wir uns erstmal Milo an. Ja. Wir reden einfach mal mit dem. Ja. Und wo soll ich sie legen? Ja. Gib sie hier. Ich werde sie mit dem. Geh raus. Geh, geh. Uh, warum? Hallo da. Was kann ich für Sie tun? Ich bin nicht sicher, was das Kostum ist, wo du kommst. Aber hier ist es umfällig, um zu drehen. Besonders, wenn die Leute faszinierende Dinge machen, die es nicht wert ist. Wie einfach, um ihr eigenes Geschäft zu einem Wallen zu machen. Uh, hi. Entschuldigung, dass du dich beschäftigt hast. Bist du Milo? Ja. Ja, das ist mir. Ein Freitag, dich zu treffen. Ich sehe nicht viele neue Nachrichten hier in Skye City. Jetzt, was kann ich für dich tun, Freund? Ich bin beschäftigt, aber ich kann einen Moment für einen freundlichen Strang. Aber, äh, nicht zu viele Momente. Was brauchst du? Ich muss es einfach mal so sagen. Ja. Ja. Ja, ich bin entschuldigung. Ja. 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 Ich bin nicht so gut mit dieser Frage. Komm schon, du kannst mir glauben. Nichts schlecht wird passieren, nur helfen uns. Okay, wenn du mich selbst schlussst, das Aiden kam zu mir zu sprechen. Er wollte wissen, wo die Eversource war. Ich hab ihn gesagt, was jeder weiß. Die Eversource ist in der Palasse, mit dem Founder. Das ist alles, was passiert, ich versuch. Was ein Bunch of creeps. Ja, ich bin nicht sehr stolz von ihnen. Ah, ich bin nicht. Oh, Slimeblocks. Das ist Egoge. Ich frage mich, was das alles ist. Ja, ich bin nervös, von so vielen Leuten zu verabschieden. Leute, ich glaube, ich habe die Blazerods gefunden. Oh, nein. Was machen sie? Leute von Skye City, ich bin entschuldigt, dass Sie von Ihren Begrüßt, aber etwas urgentes kam zu meinem Begrüß. Ein Verbrechen hat sich gemacht. Ein Verbrechen hat sich gemacht. Ein Verbrechen? Was ist ein Verbrechen? Was ist das? 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 Ich wusste nicht, dass es gegen die Verbrechen war. Es war nur eine Verbrechen. Das ist verrückt. Wir müssen uns auf der Eversource, die wir niemals haben. Das ist sicherlich unser schnelles Weg ins Kastel. Am ich geteilt? Warte! Sei nicht von den Verbrechen. Ich kann dir helfen, mit einem Plan zu kommen. Hier bin ich! Ich habe die Brücke gebaut! Bist du verrückt? Sieht aus, wie sie uns helfen wird. Hey! Entferne mich! Komm mit mir! Das ist komplett unver... Sorry, ich bin mit Milo. Ich auch. Hör mir! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Das sind sie! Sie sind weg! Sie sind weg! Sie sind weg! Sie sind weg! Komm her! Sie sind weg! Voll die Volltrottel, ey. Jo. Sie sind weg! Komm her! Komm her! Aber sie hat recht, wo wollen wir uns hier verstecken? Mühle, du stehst wohl so auf illegalen Kram, was? Da sind wir im Gasthaus.